Und damit Willkommen zu einem weiteren Video auf den Krankenhaus Spiel 2 Diddy's Conquest mit mir Dem Termin aus Ruhes W Wir haben Funky, Funky, Fresh Funky, Fresh Wir waren noch nicht im Affenmuseum, oder? Ah, ne Freude Trucking Carey Spielt bei diesem Spiel eine größere Rolle als ich Ist das fair? Finde ich schon Genug geschwätzt, zeigt mir eure Münzen her Achso stimmt Du gibst ne Tipps und ich hab keine Münzen mehr Soviel dazu, tschüss Sumpf des Wahnsinns Das hört sich gut an Ich hab sie wieder auf Deutsch gestellt Tatsächlich Ihr habt Angst Ist der gefährlich Nö Was ist denn da? Ich hab gespeichert Ich kann mich umbringen Äh Geil Bitte wat? Das gefällt mir nicht, Kinders Wie ging das nochmal? Mit Rollen davor? Okay Muss man ja auch erstmal wieder Äh Fuck you Okay Das sieht mir zu ekelhaft aus Ähh Na was ist denn hier? Ich glaub da will ich nicht hin Ich glaub da will ich nicht hin Ich glaub da will ich nicht hin Ich weiß nicht was da ist Ich weiß nicht was da ist Ich versteh das Problem So So Du 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 Nein Wow Ich bin ein bisschen zu kräftig Das ist K Was heißt da war schonmal kein Buchstabe hinten Schönen Albananen mitnehmen, wir wissen ja, was sonst passiert. Nein. Nein. Yeah. Aua. Das tut jetzt weh in meinem Herzen, ne? Oh Gott. Ah. Ich glaube, mit Dixie kann das durchaus einfacher sein. Würde ich aber nicht drauf wetten. Oh Gott. Yeah. Ich glaube, ich weiß, was ganz links gewesen ist. Ich glaube, ich weiß es. du 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 w limitiert trapped und Crisis Ich bin... wow vielleicht sollte ich ein paarLatter Formen machen Ja, ich mein, ich brauch's nicht. Tschüss. Mach mehr, Go. Die laufen viel. Das ging. Nur ein bisschen platforms. Sonst kann ich nicht hochschießen. Hallo Freunde! Nein. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht, Kindes. Du gehst nach oben tatsächlich weiter. Also nach unten. Habe ich so das Gefühl. Aus dem Weg Abschaum Ich habe tatsächlich relativ viel Stuff gesammelt Was ist denn heute los? Nein, 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 nein Hä? Gott, nö Feuerball Ich habe das Geräusch gehört Das war jetzt frech Das sehe ich so aber nicht ein Man hat sogar das Blööö läuft ich bin darauf gelandet ich schwöre aber jetzt die münze vielleicht soll ich das mit dir machen dass ich gar nicht die möglichkeit habe in den würgelsprung zu kommen wir sind verarschen ok habe ich hallo freunde ballon ja für den ballon ist schon wert meins konzentration meine kinder konzentration flott unterwegs und stinke wie mache ich das am genialsten mit vollgas und 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 feuerball hier bin ich gestorben oder mit dir geht das fast besser weil ich nicht in versuchung komme zeit zu schinden mit dem würgelsprung natürlich ist das geht ruf g geschafft sage ich ist das überhaupt wichtig wahrscheinlich nicht ich habe es geschafft klappermisere finde ich nämlich auch die 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 ja sie geil gratis aber schönes lied haben wir nie wieder bestimmt finde ich nicht cool nein tu das nicht und go ich bin zu blöd aus So, mit Dilli ist das 100% schaffbar, ja? War ich aber gar ein bisschen zu blöd für. Ich will haben, 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 haben. War hier nicht. Ich will noch was sagen. Das gefällt mir. Ja, ich bin besser als du. Das seh ich. Das macht mir Panik. War ich hier nicht? Ist da etwas unten? Ich glaub ja nicht dran. Ich mach euch alle ganz doll weg. Ihr habt keine Chance gegen die Schlange. Geht mir aus dem Weg. Die Bananen sind es mir ja wohl nicht wert. Ist hier was? Wenn ich hoch genug springe. Feuerball! Ne, ist nicht die Katze 1. Aber bei unten war was. Du, 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 du. Du, 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 du. Aber ich mach die Musik. Gib sie wieder her. Ach, nö. Das sieht scheiße aus. Das ist doof. Aber ist ja gar nicht schwer. Ich hüpfel über. Ups. Singer drüber. Und falle dann in die Schluft rein. ich dachte das ist jetzt die stelle von vorhin wo ich ein bisschen verwirrt das war nicht die stelle von vorhin das war schön die Musik ich mache ich alle im Sprung weg ich will die Münze und Feuerball warum ist das mehr überhaupt grün so ja nicht so wir finden die Münze heute habe ich gehört das ist ganz einfach wir fliegen nicht weit da sie sie das war echt so Münze 22 haben wir schon wie viel brauchte ich nochmal für Klubi Klubi Klub Klub das stinkt oh ich bin ich ich habe meine Kräfte noch nicht sogar zu lecker ich kann heute scheinen mir Feuerball ach ja dann nochmal wenigstens müssen wir das Minigame jetzt nicht nochmal machen ich bin grad gar nicht gesprungen aber wenigstens müssen wir jetzt die ganze Folge die Musik das ist absolut ok jetzt kriege ich grad Hunger mein Bock zu weh essen sollte ich vielleicht vor der Aufnahme das ist scheiße geh mir aus dem Weg die Münze hier ist mein ein Dekafas das nehme ich doch mit ihr hässlichen oh Gott hat mich angegriffen fuck me to be hindu me to be hindu gibt es eigentlich in der Richtung auch noch was ja quasi ich will das O hier ganz dringend haben und dann ist gut gibt es hier ein Fass welches mich speichern lässt das wäre ganz fein das wäre super toll ich mach alle hier nieder nein nein was so nicht so viel ich gebe mal Gas wuhuu heu 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 haa 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 du schießt mir zu schnell das war jetzt unfair nur weil ich geizig bin wie blöd ich hätte ein Schlaganfall was ist los willst du darüber reden? Ich helfe. Ich helfe. Ich bin Doktor. Wow. So ja nicht. Danke. Tschüss. Auch noch ein Schlaganfall der Wiener. Können wir einfach überspringen? Du bist ein Doofschlängelein, ey. Na gut. So das Level machen wir noch fertig, bevor ich ausmache. Vielleicht nehme ich heute tatsächlich nur die, beziehungsweise jetzt nur die Folge auf, weil der Song über Hunger war wahr. Wir machen hier einfach den Power Sprung. Wieso mache ich das nicht hinter dir? Will ich das abbrechen? Wow. Na ja, okay. Was tue ich? Er ist zu mächtig. Er ist zu fett und zu mächtig. So, Freund. Mach mir das halt so. Uhu. Das geht doch gut. Ist hier was drin, was ich haben will? Digga. 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 Ach ja, stimmt. Du springst nicht auf die Fessels. Hä? 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 Oh ja. Hier bin ich gestorben, oder? Langsam, aber sicher. Flieg und Sieg! Gib mir das Fesselein. Tschüss! Oh. Tschüss! Ba-ba-da-ba! Das war jetzt nicht zu schwer zu finden. Ich sammle die Sterne, Mutter! Ja, ja! Oh Gott! Sterne? Alter! Ich sehe! Ich sehe! Ich sehe! Ich sehe! Ich sehe! Ich sehe! Wasser springen! Es sind hier mehr als ich brauche! Nicht, oder? Eee! 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 Bada-ba-da-bu-bu! Das ging! Das ging! Tut ihr das? Das ging! Fein! Bananen will ich! Ich bin nicht fein! No! Ja, komm ran! Hallo! Ja, komm ran! Cheater! 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 I see. I see. tschüss.. Es ist這些. Ich sehe! Nure Sizeid... Asde. Du-du-du. trainee. チeres Pure zur Seite? 3 ach ich habe das geht da ich jetzt durch die ledigte ddd dddd das ist eine fiese stelle ich kann es mit dem super sprung noch mal versuchen ich war auch die folge wenden langsam dann wäre wir noch nicht bringt das überhaupt was als was scheiße die münze wenn ich sowieso danach beende noch mal ich bin ganz gehirnmäßig gut drauf habe ich das gehe nicht bekommen vorhin es gibt ja noch die chance das ist ja okay habe ich scheinbar nötig mann du hüpftigen ich werde es machen so schwer ist das nicht ich stelle mich nur dummer freunde du springst dich auf die fässer ich gerne die liebe die developer freundfreund freuen vielleicht stimm ich heute noch die kaffee 60 wie hat mich das jetzt erwischt finde ich doof gefällt mir ja nicht du bleibst du dich stehen fliege und sieg das reicht nicht wie ich das immer wieder vergesse da kommen jetzt fester war gehirn sei still das keine ahnung nicht treffen lassen wer glaube ich das beste spiel wie eine scheiße wenn ich hier hoch springt nicht so hoch das gewinnt nicht ich weiß wie das tue ich mir nicht an hallo nein die fresse nervig ja okay falls euch die folge gefallen hat dann noch positive werten kommentieren abonnieren und wir sehen uns beim nächsten mal wieder wirklich speichern naja dann ist raus bis dahin und tschüss